Hi! Herzlich willkommen in Käseleckerlands. Ich bin Peter und heute zeige ich euch die Bauernmaßnahme vor. So sieht er aus. Bauernmaßnahme ist bei uns eine sehr erfolgreiche Käse. Wie sieht er so aus? Der berühmte mit den größeren Löchern. Wie kommen eigentlich die Löcher drin? Das ist auch eine alte bekannte Frage. Das sind nämlich Bakterien, die reingespritzt wird und die Bakterien, die erzeugen CO2 und da kommen die Löcher rein. Wenn das schöne runde Löcher sind, dann ist alles gut. Und warum ist dieser Käse genauso lecker? Die Käse ist so lecker, weil er einen unglaublich angenehmen Nachgeschmack hat. Er ist sehr cremig, sahnig und du schmeckst einfach der Leidenschaft raus. So, du kannst dir vorstellen, dass der Bauern sind, die sagen, was die können, können wir auch. Na, das schmeckt. Ist das nicht eine schöne Einladung, um das Stück mal einzukaufen? Übergang werden inkeiten. Arbeitsland Auspäts Auspäts Auspäts